Mit tollem Autozubehör geht es jetzt weiter hier bei uns bei POLL TV. Schön, dass Sie dabei sind, denn wir haben wirklich tolle Angebote, die Ihr Auto zu einem richtigen Schnittchen machen. Da macht das Autofahren noch viel mehr Spaß. Ich fahre sowieso gerne Auto, Reif glaube ich auch. Aber gerade wenn man so ein Teil hat, wie das, was jetzt schon vor uns auf dem Tisch liegt, dann ist man richtig begeisterter Autofahrer, glaube ich. Ja, das ist nicht nur ein Hauch von Luxus, das ist Luxus pur. Und wir reden jetzt von einem Head-Up-Display. Das heißt, die Anzeige, die Sie normal im Armaturenbrett haben, jetzt in der Windschutzscheibe drin. Das gab es zum ersten Mal testweise in der Corvette C5. Das war in den 90er Jahren und war damals eine Riesensensation. Ist auch heute noch eine Sensation, weil sehr, sehr teuer. Das kriegst du nur in den wirklich Oberklasse-Autos und dann meistens noch für viel, viel dazu bezahlen. Gerade BMW hat es zum Beispiel, bietet es im Fünfer, im Sechser und im Siebener an. Ja, und jetzt können Sie aber auch aus Ihrem Fiesta, aus Ihrem Peugeot, aus Ihrem Mitsubishi und egal was für ein Auto Sie fahren, können Sie dieses Luxus-Feeling live erleben. Es ist wirklich eine tolle Sache. Wir haben vor der Sendung schon ein bisschen damit rumgespielt, uns das angeguckt und der Reif hat mir erklärt, genau wie es funktioniert. Es ist wirklich relativ einfach zu installieren. Es ist ganz, ganz einfach. Vor allem muss man sagen, das ist jetzt die dritte Generation. Das heißt, schon zweimal verbessert worden. Schau dir das an, wie toll das aussieht. Jetzt ist es perfekt. Du legst das einfach aufs Armaturenbrett vor dich. Dann haben wir so eine rutschfeste Matte, da machst du es drauf. Dann haben wir dazu dieses Kabel, ja, schauen wir es uns nochmal an, diese Matte, genau. Die lege ich einmal dann auf mein Armaturenbrett quasi vor? Richtig, kann ich auch wieder ohne Rückstände abziehen. Also jederzeit bin ich da auch wieder flexibel. Das hält. So, und jetzt, das hier ist das Empfangsteil. Und das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber je nachdem, wie es beleuchtet ist, sieht man natürlich nur das, was man sehen will. Das lege ich oben drauf. Immer vorausgesetzt, hier ist jetzt die Windschutzscheibe. So, jetzt kommen wir zum Wichtigsten, diesem Anschluss. Und hier haben wir einen sogenannten OBD-2-Stecker. Das ist genormt. Mittlerweile haben das alle Autos drin. Seit 2001 ist das Pflicht bei allen Benzinern, seit 2004 ist es Pflicht bei allen Dieseln. Aber auch wenn Ihr Benziner oder Ihr Diesel ein bisschen älter ist, kann es sein, dass es schon drin ist. Pflicht war es erst ab 2001. So, OBD, der ist meistens links unten im Fahrerbereich. Da stecke ich diesen Stecker ein und verbinde ihn dann mit diesem Gerät. Und jetzt muss ich noch einen Schritt machen, und zwar die Folie, die wir hier mitgeliefert haben. Genau vorne hier so schräg in die Windschutzscheibe. So, und jetzt werden alle Daten, die hier angezeigt werden, also alle Telemetriedaten des Fahrzeugs, werden hier gespiegelt in der Windschutzscheibe. Und hier ist jetzt noch eine Schutzfolie drauf. Deshalb sieht das so ein bisschen merkwürdig aus. Da sind auch meine Fingerabdrücke drauf, weil ich vorhin so dran rumgepanscht habe, weil ich mir das ja auch angucken musste. Man sieht es wirklich nicht in der Windschutzscheibe. Es ist unsichtbar, Sonne. Jetzt kommen wir zu etwas Wichtigem. Hier wird der Kontrast automatisch geregelt. Starke Sonneneinstrahlung, würdest du nicht sehen, macht er automatisch in Dunkelheit wieder ein bisschen weniger. Und jetzt schau mal, was wir hier sehen. Stundenkilometer, wir sehen den Spritverbrauch, wir sehen die Drehzahl, wir sehen irgendwelche Warnlampen, die vielleicht angehen. Und übrigens, die Geschwindigkeit kann ich hier auch wahlweise mir in Kilometer oder in Meilen anzeigen lassen. Und das ist schon mal so ein Hauch von Luxus. Wie gesagt, das kostet Tausende von Euro, wenn man es als Option einbauen lässt, wenn es überhaupt geht vom Hersteller. Und hier mache ich aus, guck mal, das ist ein Peugeot, was wir da sehen, schön am Löwen zu erkennen. Plötzlich hat der ein Head-Up-Display. Irre, oder? Das glaubt man gar nicht. Nee, das ist wirklich genial. Vor allem, du musst auch nicht immer wieder runtergucken, sondern dir werden die ganzen Daten vorne angezeigt. Du siehst dann direkt, wie schnell du fährst, wann du zunächst tanken musst und so. Das ist wirklich so eine Erleichterung, auch beim Fahren, so ein Fahrkomfort auch. Ja, auch ein Sicherheitsaspekt. Weil, wenn du, jetzt schaust du mal, Schild 70, oh, wie schnell fahre ich denn? Schaust du nach unten. Und wenn du nur eine Sekunde nach unten schaust, bei Tempo 70, bist du ja schon wieder viele, viele Meter gefahren. Da kann was passieren. Hier habe ich meinen Blick auf der Straße. Und dann gibt es ja viele Autotuner, die machen Spoiler, die machen andere Fahrwerke rein. Aber ich, als wenn ich mein Auto tunen würde, das wäre das Erste, was ich reinmachen würde. So ein Head-Up-Display. Weil das ist Luxus pur, aber für ganz, ganz kleines Geld. Eine tolle Sache hier zum kleinen Preis mit der Bestellnummer PX1803 und die 569 85,41 Euro. Da kann man sich richtig Luxus für kleines Geld dann ins Auto holen. Das ist doch was für Sie, oder? Machen Sie sich mal den Spaß. Stellen Sie sich mal einen 7er BMW im Internet zusammen. Kann man ja heutzutage machen. Und dann machen Sie das Head-Up-Display rein. Und gucken Sie mal, was diese Option zusätzlich kostet. Bei uns 85 Euro ein paar Verquetschte. So, wir bleiben aber bei den OBD-Steckern, weil die können auch für Sie zu Hause immer bedeutungsvoller werden. Wenn Sie einmal gefunden haben, wo der ist, dann werden Sie es nie mehr vergessen. Der ist auch einfach zu finden. Der ist immer ganz leicht zu erreichen. Das ist ja so ein Merkmal, auch in der Werkstatt. Man muss leicht drankommen. Deshalb meistens links im Fußraum vom Fahrer. Und diese OBD-Adapter, das sind die, die auch in den Werkstätten verwendet werden, um, wenn mein Auto jetzt kaputt ist, wenn da irgendwas angezeigt wird, dann haben die in der Werkstatt ja auch immer so einen OBD-Adapter mit so einem Lesegerät da dran. Und da lesen die die Fehler aus. Genau, ein Diagnosegerät. Wichtig ist OBD-2, so heißen die. Und dann finden wir das im kleinsten Auto heutzutage. Wie gesagt, das ist Pflicht. So, jetzt schließe ich ihn an, mache die Zündung an. Dann wird das Gerät automatisch auch über den OBD-2-Stecker mit Strom versorgt. Und jetzt kann ich alle Telemetriedaten ablesen. Und das ganz übersichtlich. Hier, keine Codes jetzt in dem Fall. Alles gut. Aber jetzt habe ich eine Fehlermeldung, zum Beispiel. Airbag. Ärgerlich. Wenn man zum siebten Mal in der Werkstatt war, wegen Airbag-Lämpchen, kriegt man irgendwann mal die Krise. Ja, da ist es doch schön, wenn ich so ein Gerät habe. Da kann ich erstens mal nochmal schauen, was ist es. Und dann auch Fehlercodes löschen. Ich kann übrigens seit 2002 auch über dieses Gerät, über OBD, die Fahrgestellnummern nachschauen. Ja, vielleicht mal, wenn man Gebrauchtwagen kauft, einfach mal dranhängen und gucken, ist das nicht irgendeiner, der auf dubiosen Wegen nach Deutschland kam, sondern so kann man das wirklich nochmal abgleichen, dann mit dem Fahrzeugbrief und vergleichen. Aber eben auch alle Daten. Der liest und löscht alle Diagnosefehlercodes der führenden Hersteller. Ist wirklich mal eine tolle Sache. Vielleicht auch mal umzuschauen, wie fährt jetzt mein Auto. Ich glaube, man kann da auch alles an Geschwindigkeitsdaten und so Verbrauch und sowas dann auch alles auslesen. Sämtliche Telemetriedaten kannst du hier wirklich auslesen. Braucht man vielleicht ein klein wenig länger, aber man kann sich alles mal anschauen. Und das ist so, eben wenn einer ein Auto hat, das so ab und zu mal zickt und es wirklich leid ist, jetzt wieder in die Werkstatt zu fahren. Bei Zutaten ist eh so viel Elektronik in den Autos, da kommt das so häufig vor, dass man um ein Lämpchen leuchtet. Und wie du sagst, dann fährt man in die Werkstatt, die machen ja auch nichts anderes. Aber nicht einfach blind löschen, das ist auch wichtig. Wenn mal wirklich ein Fehlercode, der relevant ist, angezeigt werden, trotzdem in die Werkstatt fahren, weil das ist ganz, ganz wichtig. Also die Werkstatt ersetzt es nicht. Es gibt mir nur Sicherheit. Ich kann vorher mal schauen, was Sache ist. So, das mache ich jetzt im Stehen. Und das auch wieder für kleines Geld. Gucken wir mal, was so ein Diagnosegerät kostet. Und das wirklich für alle Automarken ab 2001. 37,91 Euro hier bei uns heute zum TV-Sonderpreis. Und Ihre Bestellnummer ist hier die NC5502 und die 569. Absolut praktisch. Und da reicht ja noch eins, dann kann man von der ganzen Familie auch mal die Autos checken. Gerade wenn da was sein sollte, reicht ja, wenn Papa so eins hat. Der kann dann von den Enkeln noch mitgucken, von den Kindern und so weiter. Das ist ja nicht fixiert auf ein Auto. Wenn ich es da benutze, dann muss ich es immer da benutzen. Ich kann das mit 10, mit 100, mit 1000 Autos machen. Auch als Kfz-Händler, wenn man nur handelt und keine eigene Werkstatt hat. So ein Gerät ist Gold wert. Jetzt kommen wir aber noch zum nächsten Schritt. Auch wieder OBD2. Und vom Prinzip her eigentlich das Gleiche. Die Möglichkeit, alle möglichen Telemetriedaten auszulesen, alle Födercodes anzuschauen. Aber jetzt siehst du es mit Bluetooth. Das heißt, ich verbinde jetzt mein Tablet oder mein Smartphone mit diesem Gerät. Das stecke ich wieder in den OBD2. Da brauche ich gar nichts mehr zu machen. Und dann verbinde ich es per Bluetooth. Und jetzt sehe ich, ja, vorher muss ich noch eine App runterladen. Die gibt es kostenlos. Da gibt es mehrere Angebote. OBD-Link oder Dash-Command. Nur um zwei zu nennen. Da gibt es aber wirklich unzählige. Und jetzt schau mal, jetzt registrierst du das. Und dann kannst du alle Telemetriedaten auslesen. Du kannst mal schauen, was hat mein Auto wirklich PS? Wie dreht es? Funktioniert der Cut noch? Wie sind die Abgaswerte? Habe ich Fehlercodes drin? Alles. Das kannst du hier ablesen. Und du kannst auch noch wirklich Langzeitdiagnosen machen. Du kannst es während der Fahrt. Das Gerät, während du fährst, brauchst du gar nicht draufschauen. Da kannst du die Telemetriedaten alle ablesen und später dann auswerten. Ist also für KFZ-affine Leute ein Top-Produkt. Funktioniert für alle Android-Geräte. 23,66 Euro der Preis. Die Bestellnummer NX3014. Und die 569. Ein kleiner Helfer, wie gesagt, mit dem Android-Smartphone oder Tablet verbinden. Und schon können sie auch da alle Daten auslesen. Ja, übrigens auch für Apple-Nutzer. Einfach mal bei uns im Raum nachschauen. Das gibt es also dann auch für Apple und für iOS-getriebene Geräte. Schauen Sie rein und viel Spaß damit.